Ekaterina Leonova wird in der Jury von Das Supertalent sitzen. Jetzt verkündet der Let's Dance Fan Liebling aber erstmal die Rückkehr aufs Tanzparkett. Vergangene Woche verkündete RTL die Hammer Nachricht. Das Supertalent kommt zurück und die Jury steht auch schon fest. Neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Anna Ermakova wird auch Ekaterina Leonova in der Jury der Show sitzen. Die Dreharbeiten sollen schon bald starten. Ekaterina Leonova, nach Supertalent-Verkündung nicht mehr bei Let's Dance? Bei den Fans macht sich dadurch aber nicht nur Freude, sondern auch Sorge breit. Bedeutet ihr neuer Job womöglich das Aus bei Let's Dance? Ekater hat sich dazu bereits geäußert und vorsichtig Entwarnung gegeben. Es gibt keine Überschneidungen, betont die Tänzerin in einem Kommentar unter dem Post zur Supertalent-Verkündung. Aber das bedeutet nicht, dass ich bei Let's Dance 2024 dabei bin. Das müssen wir noch abwarten. Heißt, welche Tänzer innen in der kommenden Staffel von Let's Dance dabei sind, steht noch nicht fest. Die Produktion entscheidet dies erst einige Wochen vor dem Start. Fans müssen also Daumen drücken, dass es für Ekaterina Leonova steht wieder im Tanzraum. Bevor die 36-Jährige aber am Jurypult Platz nimmt, verkündet die Russin nun erst einmal ihr Tanzkommeback. Nach ihren zwei Urlauben steht Ekater seit längerem mal wieder in einem Tanzraum, wie sie ihre Follower innen wissen lässt. Nach langer, langer Zeit bin ich wieder in der Tanzschule, freut sich der TV-Star. Zudem ergänzt sie, ich habe solche Trainings sehr vermisst. Ob die Let's Dance-Kandidatin schon für die anstehende Tour trainiert? Im November tritt Ekaterina Leonova mit anderen Tänzer, innen der Show überall in Deutschland auf. Ihr Tanzpartner Timon Krause, mit dem Ekater-Gerüchten zufolge sogar zusammen sein soll, ist allerdings nicht dabei. Dafür steht Ekater mit einem anderen Promi auf dem Tanzparkett. Ingolf Lück Mit dem Comedian gewann die Russin 2018 den Pokal bei Let's Dance. Jetzt feiern die beiden ein Comeback. Klasesch Bi-Kweltsch